Das ist meine Art, so kann ich auf die Welt Mit dem Keyboard in der Hand und mit mir viel zu wenig gehen Ihr habt zehn Flügel von dem begleiten uns auf unserem Weg Wir versprechen euch, dass ihr uns auf der Leid auf Wehweg seht Aber jetzt geht es um... Mark Become Human, Chapter 1 Negotiator on site Negotiator on site What happened here? Nice Family No stop, I, I can't leave Save life We are an android, we have to save life I think Oh please, please you gotta save my little girl Wait You're sending an android? All right ma'am, you need to go You can't do that You... Why aren't you sending a real person? Don't let that thing near her Keep that thing away from my daughter Keep it away from me Why are you facing me there? Where's back? It's back It's back That's where we have to go That's where we have to go I don't give a shit I don't give a shit Fine men are ready to step in Just give the order Ich bin Connor. Ich bin der androide von Cyberlife. Es ist auf alles, was bewegt. Es hat zwei meiner Männer verletzt. Wir können es leicht verletzt, aber sie sind auf der Ebene. Wenn es fallen, sie fallen. Ich habe keine Ahnung, ob es wichtig ist? Ich brauche Informationen, um die besten Behandlung zu entscheiden. Hast du versucht, ihre Deaktivation Code zu verletzten? Das ist das erste Mal, was wir versucht haben. Hör, zu retten, das Kind ist alles, was wichtig ist. Also, du schaffst mit diesem androide jetzt, oder ich werde es um ihn zu tun. Okay, he is nervous, but he wants to save the life of the kid. That's okay, I understand this. Let me check that we can help him. Maybe this is a weapon the other android used? Let's check... I take a look every time for these yellow squares. Because then I know I can check something on this place. Or I can do something. This is Daniel, the coolest android in the world. Say hi, Daniel. Hello. You're my bestie, we'll always be together. Hello. Hello. We've got to go back. I was about to try and be careful in this place. See you later. You're welcome back. And I have to go. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020